Hallo und herzlich willkommen bei Wertschößen in einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey, danke, dass wir eingeschaltet haben auf dem Kanal. Wir sind auf Krüter und, äh, ich sagte mal, wir falsch, glaube ich, auf jeden Fall. Wollen wir hier die Kultisten offenbaren. Dazu müssen wir hier die Aufgaben erfüllen und müssen mit der Hohe Priester entspatschen. Die Jona. Warum schickt diese Närrin eine Sölde? Sie sagte, du vermutest einen Fett. Heute kann man niemanden mehr. Und was willst du von dem Kult? Sie haben ein... Die Familie ist eine sehr... Der Kult des Kosmos wird sich für vieles verantworten. Vielleicht kannst du mir ja doch... Ich schickte eine Dienerin, um einer von uns nachzuspielen. Sie kam nicht zurück. In der Tat. Außer, dass sie mir rein gar nichts bedeutet. Ich will die Info... Du sollst gut. Erstmal ist es nicht hübsch. So. Kaum verlassen haben sie es vom Tempel aus. Südosten des Pelgerhügels unter und wurde zuletzt in der Nähe des Uli und Heinz gesichtet. Südosten, da ist ein Roten. Osten, Süden, also hier runter wahrscheinlich. So war das alles nicht geplant. Wo hat der in seinem Führerschein her? Also die. Muss ich doch das... Ich hab sie. Bewegung. Bewegung! Cool ist, ja? Das geht jetzt so. den will ich jetzt aber nicht haben den bock auch noch auf so einen spass dann müssen wir hier noch eine schatztruhe finden eine schatztruhe am rand der stadt gibt es nicht viele orte an denen sich eine dienerin verstecken können das muss es sein das sind kulti nicht mit mir es ist an die hohe priesterin das wollen wir mal das ist so gut machst du dann schnell gehen sie noch platt ne die aufgaben die Und was ist mit meiner D... Sie wurde ermordet. Mehr nicht. Der Rest des Papyrus. Das ergibt keine... Sie schützte sie mit ihrem Leben. Das T... Wir werden nie mit Sicherheit. Aber ich kann es auch nicht. Unsere Lage ist verzweckt. Arbeite mit Diona. Okay. Dann wir das Thema durch. Dann gehen wir mal zurück zu ihr. Haben wir all ihre Aufgaben, glaube ich, erledigt. Wo ist sie, die Junte? Die Sinnliche. Mit der Vögeln war ich schon dauernd. Ich habe deine... Das sind gute Neuigkeiten. Du wirst mit jeder Minute... Deine Schwester sendet... Hast du was über den... Deine Schwester... W... Was? Unmöglich. Wir wissen es noch nicht. Verstehe. Ich sollte Vorkehrungen treffen. Gibt es sonst noch etwas? Hier ist ein Arznei, Beutel. Damit können wir... Ich habe den Auftrag ausgeführt. Wir treffen meine Späher bei meiner Villa. Sie werden uns berichten, wenn ich dort an... Okay. Fertig. Die Aufgaben erstmal abgeschlossen. Auf die Schnelle. Noch einen, glaube ich. Mehrere Quests angenommen. Mehrere Quests angenommen. Bewegung in der Villa, wo ist die Villa? Da oben einfach Mal gucken, was die zu sagen hat Bleib zurück! Das Gebiet wird sicher gut ver- Ja, aber so oder so müssen wir hier rein, tut mir leid Ja, komm! Das muss ja nicht immer so schwer machen. Da drüben ist sie wieder gut. Hätten wir jetzt hier wahrscheinlich gar nicht reingemassen. Egal. Das hat sie immer mal gegessen. Und da klettert die die wahrscheinlich wieder. Ich kann dir helfen, dich zu entspannen, bevor Diona eintritt. Das ist ja ein Outdoor-Bett. Natürlich auch nicht verkehrt. Sieht aus, als wärst du bereit. Für Terras Sicherheit. Das ist gut, denn ich nicht. Wusste ich doch. Ich hab's gewusst. Bei den Meuren. Ist sie schon aufgebrochen? Ja. Und zwar vor einer ganz... Diona sagte etwas von Kundschaftern und einem Bericht. Wo sind sie? Diona ist fertig mit dir. Malaka. Die sehen auch noch so stark aus. Die Siehe von mir haben. Oh, wir brauchen wir! Das ist wirklich eine Rolle. Die Hölle Lahir gilt es. Oh, wir brauchen wir jetzt eine Rolle. Wer mich hier forschen will. Sie ist es und mit der war man gefühlt. So, wo ist jetzt der Altar? Oh, nur da ganz oben. Machen wir mit dem Pferdchen. Ich sollte überlegen. Wie lang? Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Ich muss nicht den Altar. Ich bin nicht mehr tot. Och ne, es ist ein Hund. Ich dachte jetzt sind auch noch Hygiene. Das haben wir letzte Folge gemacht. Ist noch ein bisschen schneller. Ja, also. Ja. Wohin ich durch? Ich muss noch hier ran. Ja, ganz schön gewütet hier. Damit wir nicht nochmal laufen müssen. Wenn ich speichern. Ihr seid Zwillinge? Ja. 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 Wie gesagt, die linke war's. Du, mich kannst du nicht täuschen. Es ist aus, Diona. Du Nerren! Aphrodite, hilf mir! Nimm's da! Traue den Mäuren nicht. Diese Nachricht gab ich der Ruhepräger. Bei den Mäuren. Du schlank! Du hast kippt. Und jetzt werde ich ihr. So leicht wird das bei. Ich beiße. Ich beiße immer. Los, jetzt! Ich halt Gift. Ja, komm. Ja, komm. Ich wollte dich nicht an. Oh, die ist hinüber. Na gut, wir haben unschuldige getötet. Ein Übel weniger auf der Welt. Büsste es unsterblich sind. Und wir haben damit den nächsten Kultisten freigespielt. Nimm ich den her. Der Kult des Kosmos wird die alte Welt verbrennen. Und eine neue errichten. Und die Frage, wo du jetzt bist, bestimmt nicht hier in der Gegend, oder? Hier habt ihr doch nicht mehr alle. Gut, aber wo wir jetzt schon mal hier sind, machen wir die Aufgaben noch fertig. Also, da war noch eine Kiste. Also, da war noch eine Kiste. Und hier haben wir noch da unten noch so ein riesen Geländer. Da können wir das hier quasi noch mit einer Quest abschließen. Wer bist du? Was gibt es für ein Empedocles sei gepriesen. Sein Gott ist ein sagte allerdings einem nur Empedocles kann du wirst doch nicht in wenn diese Priester an Schreiberst ich komme schon mehr drauf sagen wir dich nicht um mich sein da vorn ist er da sind ein paar Aufgaben, die können wir machen die war auch irgendwo noch nicht fest die würde ich natürlich vorher noch in Angriff nehmen ach so, die ist eh hier unten da ist die Porphyra Festung und die war zuerst wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem das ist der Pinkeln schwein nix nix den falschen erwischt den wollte ich das ist aber eine keine alles für das ist das ist der schon Cort Ich bin ein bisschen breit gemacht, die Schweine. So, da müssen wir gleich noch einen. Sieh so schlecht durch. Kein Gelehraber hier. Und ich freue mich auch nicht. So, drei Schütze, zwei Startsdinger noch. Wo ist der letzte Schatz? Da unten. So, da unten. da das letzte das war eh gleich wieder weg so nächste Thema sind wir schon hier drüben wo ist das denn? ja 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 was hat L'Arm Volk ist eh um, komm ich mach die Insel auch schnell fertig und dann sehen wir uns nächste Folge wieder vielleicht mal den nächsten Dings platt machen bis dahin, Tschüss bis dahin, Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020